Hallo, hier ist Martin von MoneyMunkies, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 15.09.2021. Zum Dienstag hat unser DAX ein bisschen Tellerspieler gespielt. Er hat das Ding einfach auf der Stelle rumkreiseln lassen. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich jetzt auch auf die vielen Kommentare, die gestern gekommen sind, das ist ja auch nicht immer nur die YouTube-Kommentare, es gibt ja auch viele Sachen, ob ich dann nochmal eingehe und ich habe mich eigentlich jetzt dafür entschieden, dass ich das nicht möchte. Ich habe die letzten Wochen mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, immer wieder den Leuten zu erklären, die Schwierigkeiten damit haben, die Analyse zu verstehen, die Schwierigkeiten damit haben, zu verstehen, wie ich arbeite. Wenn ich dann jetzt die Kommentare sehe, kriegt man manchmal so den Eindruck, es ist so etwa 80, 20, denen es nicht gefällt, denen es gefällt. Wenn man dann aber sieht, dass 50 Leute hier auf Gefällt mir klicken, dass nur 3 oder 4, dann Gefällt mir nicht klicken, weil wahrscheinlich einfach die Menge trotzdem damit arbeitet und vielleicht auch gar keine Lust hat, sich irgendwie in den Kommentaren dann mit, ich sage mal jetzt gemildet gesagt, ein paar Idioten da zu beschäftigen. Von daher habe ich jetzt für mich einfach, ich werde mich mit denen beschäftigen, die respektvoll vielleicht Fragen haben, die mir zeigen, sie verstehen bestimmte Sachen nicht, sie haben da Fragen zu. Wenn das höflich vorgetragen wird, respektvoll rübergebracht wird, bin ich immer bereit, jeder Frage und keine Frage ist dumm. Also es gibt keine doofen Fragen und auch wer bei uns im Chat ist, der kriegt auf jede Frage immer eine Antwort und wenn es dann doch mal übersehen wird, dann fragt halt noch ein zweites Mal, dann ist es vielleicht durchgerutscht. Aber an sich helfen wir jedem, der in der Lage ist, eine höfliche Frage zu stellen, auf einem respektvollen Miteinander einfach. Und wir werden mich jetzt nicht mehr so auf die Leute fokussieren, die es einfach nicht verstehen wollen. Also man merkt das auch in manchen Kontinenten, das ist einfach Provokation und damit möchte ich mich nicht länger meine Zeit vertüdeln, sondern mich auf die fokussieren, die verstehen, was wir hier tun, die das auch verstehen möchten, die auch sich drauf einlassen, einfach halt, die sie sagen, okay, na klar, das ist ja kein Tauberkünstler, das ist keiner, der 100% machen kann, das ist keiner, der, keine Ahnung, hier mit einem goldenen Silberlöffel im DAX rumeiert. Aber es ist vielleicht jemand, der einfach ein gutes Gespür für den DAX hat, es ist vielleicht jemand, der das schon ganz schön lange macht, der viele Leute beobachtet, der viele Regelmäßigkeiten im Markt erkennt, darüber offen spricht, ehrlich spricht, Fehler anspricht, Vorwand aus Situationen, wo er schon sieht, dass bestimmte Leute Schwierigkeiten bekommen können und dafür dient er eigentlich auch das gestrige Video, um unseren Kech aus dem Chat, der hat sich auch wiedererkannt, der war gemeint gewesen, hier ein bisschen zu sensibilisieren auf das, was hier eben kommen kann, dass da ein bisschen Stress einfach dann im Falle eines Ausbruchs sich negativ auf Strategien auswirkt, die da basieren mit, ich haue gegen die Bewegung und baue Minus aus, das funktioniert nur, wir können es auch jetzt offen machen, wir hatten die Diskussion heute im Chat bei uns auf der Website, wir hatten die Diskussion dort ein bisschen noch fortgeführt, die aus dem Video eigentlich eingeleitet werden sollte oder das Mahnen, sag ich mal, also so, es sei vielleicht auch für die Leute, die so ein bisschen so hart, wann arbeite ich mit ohne Stop, wann arbeite ich mit Stop. Ich sage auch immer, so den Leuten, die im Seminar sind, wichtig ist beim Traden lernen, man muss erst mal lernen, mit Stop zu handeln, das ist die größte Kunst, weil die meisten kriegen das gar nicht hin, die setzen ihre Stop-Loss so doof, dass sie die ganze Zeit immer noch weggefügelt werden und dann sind die so angepisst von dem Stop-Loss, dass sie natürlich immer genau in dem falschen Moment auch einen Stop-Loss rausnehmen und dann rennt natürlich der Markt völlig gegen die Bude, genau, die machen 200 Trades mit Stop-Loss und sind absolut unzufrieden, werden immer weggeknallt, dann machen sie einen Trade ohne Stop-Loss und der Markt rennt plötzlich los. Das kennen sicher viele von euch, die schon länger dabei sind, aber es gibt eben auch viele Anfänger, denen fehlt diese Erfahrung noch und ich glaube, das ist auch ein Mehrwert von unserem Kanal hier einfach, dass ich da auch immer auf sowas mit eingehe und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass jetzt viele wieder anfangen, so, ach, ich lasse den Stop-Loss weg oder hau einen großen drüber, kauf einen Minus nach, bei sowas, es gibt diese einheitliche Meinung, man darf das nicht machen beim Trading. Jeder, ich habe da eine klare Meinung, jeder Anfänger darf das auch nicht machen. Jeder Anfänger soll in meinen Augen erst mal lernen, mit Stop-Loss zu handeln, wenn ich mit Stop-Loss in der Lage bin, ein Depot stabil zu halten, und dann verstehe ich, wie Trading funktioniert. Dann kann ich traden. Wem das nicht gelingt, der haut sich ohne Stop-Loss nur auf die Fresse. Das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis der hinten irgendwo ein Ball runterfällt, einen Hang runterrollt und gegen die Wand dann volle Möhre schmettert. Das ist vertretbar. Aber wer mit Stop-Loss traden kann, stabil halten kann, der kann natürlich auch gezielt den Stop-Loss einfach mal weglassen oder auch gröber kalkulieren in dem Moment, um sich einfach so einen Grundrauschen fernzuhalten und sich nicht permanent ausstoppen zu lassen. Und je nachdem, auf welcher Zeiteinheit man denn tradet und wie lang man die Trades hält, das ist durchaus legitim, auch in so einer Seitwärtsbewegung, wie wir sie haben, Positionen auch ungesichert durchaus innerhalb des Normbereichs, innerhalb der Bänder zu lassen. Dass ich sage, okay, in dem Bereich muss ich nicht zwingend in eine schieflaufende Position gleich direkt weghauen, sobald er mal irgendwo da unten ein bisschen an der Rangekante rumschnackt. Vielleicht kann ich sogar mal in dem Moment, wo er auskontakt, wo er dreht, auch noch mal eine Position ausbauen. So etwas ist durchaus ein sinnvolles Ergänzungsmittel im Risikomanagement, was man aktiv benutzen kann. Man muss das nicht, aber das ist legitim und ist das gar nicht so verboten, wie viele immer so, boah, ohne Stop-Loss, das darfst du nicht immer hin mit dem Zwillen. Also ich habe da schon eine klare Meinung und die ist im Seitwärts, das ist vollkommen okay. Aber was ich erwarte, wenn jemand ohne Stop-Loss handelt, ist, dass er in der Lage ist, Verluste zu realisieren. Und da ist so der eigentliche Aha-Effekt, weil die meisten, die ohne Stop-Loss handeln, eben nämlich genau die sind, die das nicht können. Eben genau die sind, die nicht Verluste realisieren können und die dann hier sich in irgendeinem Long zurechtfummeln. Dann fällt der Markt hier unten, dann steht er hier unten und die sind noch Long hier oben drinnen. Dann fangen sie an, hier unten an der 200-Tage-Dinnie irgendwie rumzuhätschen. Dann springt der Markt runter, dann sind sie zu Null mit, obwohl sie wie und das und hatten dann hier eigentlich einen Short. Dann wollen sie den auflösen hier unten. Dann kommt der Markt aber wieder hoch, steht plötzlich hier in der Mitte. Dann holen sie sich hier noch einen Long rein, um ihren Short auszuhätschen und plötzlich fällt er wieder. Und am Ende hat man einen riesen Gemähren, riesen Geknö, was überhaupt nichts bringt und am Ende eigentlich schon den Anfang vom Ende einläutet, weil man eben nicht bereit ist, die Verluste zu realisieren. Das heißt, wer bereit ist, sich irgendwo dem Mittel zu bedienen, weil das ist so, habe ich keinen Stop-Loss, habe ich 100% Trefferquote. Bis eben dieser eine Moment kommt, wo dieser eine Worst-Case eintritt, dass ich komplett rausfliege. Und das muss ich einfach ein bisschen steuern. Aber in dem Moment, wo ich hier ohne Stop-Loss arbeite und der Markt kommt immer wieder zurück, immer wieder zurück, habe ich natürlich eine viel höhere Trefferquote. Und so kann man natürlich auch eine Trefferquote manipulieren. Man kann sie positiv ein bisschen beeinflussen, in bestimmten Marktphasen. Das ist legitim. Aber eben, wenn man in der Lage ist und es kann, wenn der Markt aus dem Band richtig rausgeht, so wie wir das jetzt gemacht haben, und er fängt dann an, aus dem Band rauszutreiben. Das haben wir ja nicht gesehen. Die letzten drei Tage nicht gesehen. Er ist zwar rausgegangen, aber er hat nicht aus dem Band rausgetrieben. Dass man dann aber auch Positionen abbaut, zurückbaut, reduziert und rausnimmt. Und das war so gestern eben ein bisschen diese kleine Fliegenklatsche ins Gesicht von unserem Cash, der da so ein bisschen so ein paar Sachen gepuzzelt hat, die einfach, wo man einfach wissen muss, auf was man sich einlässt. Und wo man sich auch dem Risiko bewusst sein muss. Bei vielen geht das so, die bauen dann hier unten ein und dann kriegen die, dann haben sie keine Eier mehr in der Hose. Hier oben sagen sie, naja, wenn der unten rausgeht, dann mache ich den zu. Aber machen sie es dann nicht. Bei ganz, ganz vielen. Und deswegen ist es erst wichtig, Verluste realisieren lernen und dann weiter. Also das bloß kurz als kleinen Ausflug. Wenn wir jetzt gucken wollen, was unser DAX hier gemacht hat, ist es eigentlich nichts. Wir haben das gesagt, dass wir hier diese kleine Eröffnung, eine flache Eröffnung um die 70, 650, dass ich mir das noch vorstellen könnte, dass man das auch aufzieht, dass er so ein bisschen tiefer reinkommt und sich dann hochstreckt, dass er dann aber durchaus auch 15.800 und mehr erreichen kann. Das haben wir nicht gesehen. Also dahingehend schon eher mau, ein bisschen schwächlich, aber das ist einfach nur Unsicherheit, weil er ist weder gestiegen noch gefallen. Der ist einfach auf der Stelle getreten. Und das zeigt, dass die Marktteilnehmer, so wie ich gestern eigentlich die Analyse auch verfasst habe, wo ich gesagt habe, naja, es ist halt so irgendwie so alles nichts Ganzes, nichts Richtiges, es ist weder Fisch noch Fleisch. Und so sind die Anleger hier halt auch unterwegs gewesen. Da ist nichts klar, was reinkommt. Hier waren wir über die 37, aber dann hat er gemerkt, so richtig Anschlusskäufe kommen nicht. Dann waren wir an der 6,70, hat er immer gemerkt, nee, Druck ist auch nicht da. Und am Ende ist er einfach hier zur Seite rumgeeiert. Und auch das wieder was, was wir eigentlich jeden Tag jetzt immer wieder aufs Neue sagen, auch wenn es ganz, oder die, die es nicht verstehen wollen, auch immer wieder auf die Waagschale legen und immer wieder da versuchen, mich dran hochzuziehen. Es ist einfach so, wir sind noch in der Range. Wir haben ja noch keinen richtigen Trend wieder drin, keine Trenddynamik auch drin, sodass wir einfach jeden Tag oben wie unten flexibel sein müssen. Wir müssen hier gucken, was erst mal kommt, bis zu dem Moment, wo er halt wieder anfängt, aktiv aus dem Trend rauszuarbeiten. Wir hatten da eine super Vorlage am Freitag für, hat er wohl nicht genutzt. Also da würde sich natürlich auch das ganze Bewegungsverhalten im DAX ändern. Da würde er auch ganz anders drauf anspringen, auf Rücklaufmarken, auf eine Beschleunigung, auf Erholungsziele oder Bewegungsziele und so weiter. Aber er ist nicht draußen, er ist in seiner Range. Und in der Range gelten einfach diese ganzen Marken, die wir immer wieder betrachten, einfach der Pendel dazwischen halt rum. So, jetzt sind wir hier unten rausgearbeitet. Für mich sieht der Tag aus wie eine kleine SKS. Wenn man sich so eine kleineren Zeiteinheit einschaut, würde er zum Mittwoch also runter, unter die 6,70 gehen, würde ich denken, dass die SKS-Spanne wäre dann etwa, was sind das, 90 Punkte. Könnte ich mir vorstellen, dass er die nach unten legt. Das heißt, hier in dem Bereich um 5,80, 5,90, könnte ich mir vorstellen, dass er runter geht, wenn er unter der 6,70 runter bricht. Und wahrscheinlich kommt er von dort auch erst mal wieder hoch. Ja, der hat dann nicht, der hat für mich noch nicht, also das war definitiv kein, das war kein Ausbruch, was wir hier gesehen haben. Das war einfach Range-Verhalten. Und solange ich keinen schönen Knackischen raussehe, dann sehe ich noch keinen raus. Aber wir haben, jetzt gehört, wir haben Verfall, wir haben den Mittwoch-Donnerstag vor uns, das sind gerne die Tage, die richtig randalieren können in der Verfallswoche. Aber geht der unter der 5,90 raus, dann hat er für mich durchaus Potenzial, 5,50 und hier unten auf die 5,10 zu gehen. Und wenn der hier unten steht, dann zuckt der Kostner oben und dann geht er auch tiefer. Dann geht er nochmal an die 4,60 ran. Und von daher wäre es vielleicht sogar legitim, unter 6,70 vorsichtige Short-Position zu probieren. Vorsichtige Short-Position zu probieren, die man aber natürlich auch hier oben absichert. Und wenn er das einmal macht und der blubbert dann wieder plus, also komm, ich glaube dann, ich weiß nicht, ob ich ihm dann noch viel Aufmerksamkeit zum Mittwoch schenken würde. Aber Fakt ist auch, wir haben oberhalb noch so ein bisschen Platz, bis zu 800, bis 8,40. Das ist weiterhin eine interessante Zone, wenn er da auf der Oberseite rankommt, so wie jetzt zum Dienstag die 6,50, 6,70 hier unten interessant war, bis zum Mittwoch die 800 bis 8,40 sehr interessant auf der Oberseite. Das heißt, sollte er vielleicht auch bei Aufwärtscamp wieder reinkommen, sollte er vielleicht ein bisschen hier oben rausarbeiten, über die 7,30 gehen, behaltet das im Hinterkopf. Der kann da oben einfach reinstechen, 8,40 ist eine schnelle Kerze. Das schafft er in einer Stunde irgendwann mal einfach so zwischendurch halt. Ja, fokussieren würde ich mich ein bisschen auf die 6,70 wegen der kleinen SKS, die wir hier drin haben, also bloß im Intraday-Muster. Und geht er da drunter, hat er wie gesagt eben Platz bis an die 5,90, 5,80 ran. Das ist erstmal eine ganz interessante Strecke. Und wenn man hier in die Bewegung irgendwie aufgesetzt bekommt, hat man natürlich auch eine schöne Ausgangslage, um sich das hier unten dann genauer anzugucken. Zuckt er dann hier unten wieder hoch, wäre jetzt erstmal definitiv möglich. Geht er durch, geht er dann bis an den Gap-Close, dann glaube ich fast, dass er nicht bloß am Gap-Close reagiert, sondern eher hier unten an der 5,10. Und dann hat man eine schöne Ausgangslage, um sich das anzugucken. Aber auch Fakt ist, eiert er hier bloß rum und ballert dann fette grüne Kerzen rein, dann hat das nicht viel Sinn halt. Also im Idealfall geht er runter, kommt nochmal hoch und stößt sich richtig schön. Von der 6,70 dann von unten kommt ab nach unten. Und das wäre eigentlich dann so ein schönes kleines Verkaufssignal, das man nutzen könnte. Aber ja, wir sind noch in der Seitwärtsphase. Wir haben erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Ausseite, eben bis zu dem Moment, wo wir ausbrechen. Für einen Ausbruch würde ich schon den Bereich hier um 5,90 ein bisschen im Blick behalten, weil dann wäre auch der Aufwärtstrend gebrochen. Dann wäre das beendet, was wir gestern gesagt hatten, mit diesen drei Wellen hier. Dann hätte definitiv nämlich einen Wellenschnitt auch ganz markant drin. Und damit wäre ein Impuls oben raus vorerst abgewürgt und könnte mir schon vorstellen, dass er dann eben auch unten rausgeht. Aber solange das noch nicht ist, planen bitte das seitwärts. Sagt das jeden Tag, aber es wird auch oft überholt, zumindest von wenigen, auf die ich aber ja nicht mehr eingehen möchte. Aber ich muss es trotzdem sagen. Wir sind noch in der Seitwärtsrange. Wir haben erhöhte Seitwärts-Tendenzen einfach drin, Tag für Tag. Es ist nahezu 50-50. Guckt ein bisschen, wie er reinkommt. Auch das sagt man eigentlich jeden Tag. Kommt er unter der 6,70 rein, kriegt er von mir ein bisschen Bonus hier bis runter. Kommt er hier bei den Aufwärtsgap rein, drückt uns hier in die 7,10, 7,30 nur nach oben. Dann sehe ich ihn eher Richtung 7,80, 800. Und von daher würde ich das so erst mal abklammern. Geht er natürlich oben drüber, hat er Potenzial bis in die 949 rein. Geht er unten raus, kann er sich auch austoben. Das ist, denke ich, klar. Das ist unverändert. Geht auch aus der Verfallstagssituation raus. Da sollte man immer ein bisschen mehr Bewegung einplanen. Genau, es ist einfach großer Verfall. Gut, okay. Ich setze hier oben vielleicht noch so ein kleines Dings rein. Machen wir hier noch so ein kleines Pfeilchen rein. Dann ist das auch gut zu verstehen. So im Bereich 848, glaube ich, schon hat er noch mal schöne Potenziale. Ja, und hier unten möchte ich eigentlich nicht. Aber was wir machen könnten, wäre hier noch mal so ein kleines ISKS. Machen wir den noch aus. Und dann können wir das für den Mittwoch mitnehmen. Wünsche euch viel Erfolg. Gutes Gelingen. Und wir hören uns dann einfach morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.